So, das ist ein ordentliches Futter jetzt einmal. So was aber auch. Komm her, da hast du. Ordentlich ausputzen. Ordentlich ausputzen. Ordentlich ausputzen. Na, so putz aus da ordentlich. Na, das war aber gut, hm? Das war aber ein gutes Hunzi-Papi. So ein gutes Hunzi-Papi. Da kannst du auch noch nachputzen. Das war aber gut, hm? So ein gutes Hunzi-Papi.